Bhagavad Gita, Vers 3.35 Es ist weitaus besser, die eigenen vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, als die Pflichten eines anderen. Denn selbst wenn man bei der Erfüllung seiner Pflichten Fehler begeht oder sogar dabei getötet wird, ist dies besser, als den Pflichten eines anderen nachzukommen. Denn es ist gefährlich, dem Pfad eines anderen zu folgen. Erklärung Man sollte daher lieber seine vorgeschriebenen Pflichten in völligem Krishna-Bewusstsein erfüllen, als Pflichten nachzugehen, die anderen vorgeschrieben sind. Die vorgeschriebenen Pflichten ergänzen den psychophysischen Zustand des Menschen, der sich im Bann der Erscheinungsweisen der materiellen Natur befindet. Die spirituellen Pflichten, die der geistige Meister anordnet, sind für den transzendralen Dienst Krishnas bestimmt. Aber ganz gleich, ob im materiellen oder spirituellen Bereich, man sollte selbst angesichts des Todes lieber zu seinen Pflichten stehen, als sich mit den Pflichten anderer befassen. Pflichten auf der materiellen Ebene und Pflichten auf der spirituellen Ebene mögen zwar voneinander verschieden sein, doch das Prinzip, den autorisierten Anweisungen zu folgen, ist für den Ausführenden immer vorteilhaft. Wenn man im Bann der Erscheinungsweisen der materiellen Natur steht, sollte man den für entsprechende Situationen vorgeschriebenen Regeln folgen und nicht andere imitieren. Zum Beispiel ist ein Brahmana, der sich in der Erscheinungsweise der Reinheit befindet, gewaltlos, wohingegen es einem Kshatriya, der sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befindet, erlaubt ist, Gewalt anzuwenden. Daher ist es für einen Kshatriya besser, getötet zu werden und den Regeln der Gewalt zu folgen, als einen Brahmana nachzuahmen, der die Prinzipien der Gewaltlosigkeit befolgt. Jeder muss sein Herz allmählich reinigen und nicht übereilt. Wenn ein Mensch jedoch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur transzendiert und völlig im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kann er unter der Führung eines echten geistigen Meisters alle nur erdenklichen Aktivitäten ausführen. Auf dieser vollkommenen Stufe des Krishna-Bewusstseins kann ein Kshatriya als Brahmana oder ein Brahmana als Kshatriya handeln. Auf der transzendentalen Ebene gibt es die Unterschiede der materiellen Welt nicht mehr. Zum Beispiel war Vishwamitra ursprünglich ein Kshatriya, doch später handelte er als Brahmana, wohingegen Parashurama ein Brahmana war und später als Kshatriya handelte. Dies war ihnen möglich, weil sie in der Transzendenz verankert waren. Doch solange man sich auf der materiellen Ebene befindet, muss man seine Pflichten in Entsprechung zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur erfüllen. Zur gleichen Zeit muss man sich über die Bedeutung des Krishna-Bewusstseins im Klaren sein.